Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute bin ich in meinem Standort in Biblis und heute geht es um Distanzkontrolle. Wie weit haut ihr euer 7er Eisen? Das ist die Frage. Wenn ihr mehr über Distanzkontrolle wissen wollt, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Bis gleich. Sicher habt ihr eine Zahl geantwortet auf meine Frage, wie weit ihr mit dem 7er Eisen schlagt. Gute Spieler antworten damit 4 oder 5 Zahlen. Bruce Köpker hat 4 Zahlen für sein 7er Eisen. Halbe Distanz, Dreiviertelschwung, voller Schwung und maximal. Und wenn wir das haben, wenn wir diese Zahlen genau kennen, können wir Distanz besser ansteuern, liegen dichter an der Fahne, brauchen weniger Patz und weniger Schläge. Wollt ihr das? Dann passt genau auf. Fangen wir einfach mal mit der Distanz an. Halber Rückschwung, Dreiviertel Durchschwung. Okay, jetzt vielleicht mal andersherum. Dreiviertel Rückschwung, halber Durchschwung. Und jetzt einfach mal voll. Also voller Rückschwung, halber Durchschwung. So denke ich kann jeder 2, 3, 4 Entfernungen für einen Schläger herausfinden. Und so die Distanzen gezielter ansteuern. Es gibt immer Bewegungsabläufe, die einem mehr liegen. Vielleicht ist der Dreiviertelschwung angenehmer. Vielleicht ist es der volle Schwung. Vielleicht der halbe Rückschwung, der Dreiviertel Durchschwung. Findet es heraus. Kontrolliert das Ganze über Entfernung. Entweder mit einem Trackman oder einem anderen Launchmonitor. Oder indem ihr vorher die Entfernung ausmesset mit dem Laser. Und dann wisst, ob ihr euer Ziel trefft oder nicht. Und dann werdet ihr mehr Spaß auf dem Platz haben. In diesem Sinne viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.